hey mein lieben schön dass wieder reinschaltet zu einer weiteren folge schön dass ihr da seid weil ich sein kohle zurückkehr in die eiszeit ich bin ein bisschen ihr seht hier gerade einen verzweifelten hodi und holis click abenteuer kanal wo ich sagen muss das ist ja mein was ihr seht ist ja mein weit kanal mein hauptkanal heißt wo die da war 231 der kreativ weiß wo ich habe wie gesagt ein problem wir haben hier da eine spinne drin ich glaube kaum dass die sich von dem vorherzug abschrecken lässt ich habe auch hier auch keine möglichkeit die fackel anzusetzen es wird mir auch nichts hier angepasert mit dem zahnrad und wir haben ja auch leider keine karte ich habe es gibt bildspiele die haben karten da wird ihr angezeigt mit einem sonderzeichen hier ist eine aktion möglich und du kannst auch schnell reisen also ich muss nicht von screen zu screen hüpfen wie hier aber leider ich kann ja mal schauen ob es hier irgendwelche feuer stellen gibt weiß nicht ob die eine feuerstelle noch erreichbar ist wo wir gehabt haben entweder war die hier drin ja hier ja da kann ich auch leider nichts machen ich kann jetzt auch nicht sagen hier hier bitte fackel anzünden geht nicht dass das schöne tier hier kann uns auch nicht helfen ja wo bin ich gerade in einer sackgasse ich soll hier hoch hat mir halt nichts anderes übrig kann ich nichts machen hier in den raum also ich soll hier in den raum was machen können muss die spinne verjagen was soll ich hier machen mit einem mob ernsthaft ich hätte die ganze zeit die spinne schon verjagen können mit einem bescheuerten mob tut einem das gehirn ein bisschen weh und ich dachte ich komme jetzt noch nahen ja aber es ist ein geheimnis labor was passiert wenn ich hier ausbalanciere schützt sich einfach mit stellen ok ist hier ich kann dass wir ganz hier jetzt hinzufügen und die analyse zu starten ok machen ja bitte an ihr analyse ergebnis das können wir jetzt davor bringen das sind lecker süppchen ach ich weiß wofür ich den schädel brauche oder die schädel in der richtigen reihenfolge an von oben nach nach unten von groß nach klein ok ich gebe mein bestes also ich soll jetzt nicht von den brüchen ausgehen oder gut das kann ein bisschen dauern auch Untertitelung des ZDF, 2020 Hmm, das dachte ich mir schon, dass das nicht zu leicht wird. Muss ich schon, dass ich den irgendwie da hinkriege. So, da habe ich die jetzt. Hmm... Hmm, hmm, hmm. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. das war noch nicht ganz richtig ok so weit so gut hmm 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 das ist echt schwer ja 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 Das ist mir gerade zu schwer, das gebe ich ehrlich zu. Und ein Geduldsspiel vor allem. Und wir haben nicht ewig Zeit für ein Minispiel. Raubendreher, ja gut. Sonst ist ja hier nichts mehr, oder? Nö. Hier zum Aufschrauben haben wir auch nichts mehr. Können wir auch rausgehen. Ja, da ist ein Bild wieder erschienen. Wir gehen aber erst zur Dame hier, bitteschön. Ich habe die Ergebnisse der Blutanlöse deines Sonnes gefunden. Nach dem Aufhängungsverfolge sollte es ihm gut gehen. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Hier, nimm das. Ich glaube, dieses Werk könnte noch für Nutzen für dich sein. Ein Dietrich. Hey, der kann auf jeden Fall für Nutzen für uns noch sein. Dann machen wir mal hier wieder weiter. Uh, nice. Was? Handabdruck. Entschuldigung. Dachte, ich könnte das Skelett jetzt den Kopf wieder geben, aber gut. Hier kriegen wir erstmal noch nichts. Aber gut, dass wir das schon freigelegt haben. Was mache ich damit? Keine Ahnung. Irgendwie ein Puder oder irgendwas, womit ich einen Handabdruck machen kann. Ausweis. Was? Ausweisschild. Brille. Ah, hier, Ausweis-Schild. Ich nehme mich auch schon mal mit. Gehirnmodell. Was mache ich damit? Keine Ahnung. Die Sicherheitsnadel. Lackel. Überschuhle. Da ist die Brille. Aber wie mache ich den Handabdruck? Ah. Die LAT haben wir auch schon mal. So, aber wie mache ich jetzt den Handabdruck? Die Frage. Ich nehme mal das Gehirn schon mal. Okay, das waren die Überschuhle. Aber trotzdem wird das mit dem Handabdruck und der Brosche ein bisschen ein Rätsel. Was mache ich damit? Was mache ich damit? Ja, ich habe keine Ahnung. Was soll ich mit der Tasche machen? Da ist der Handabdruck. Da ist der Handabdruck. Da ist der Handabdruck. Dings. Äh. Arztkittel. Da drin, glaube ich. Und da kriege ich ein seltsamer Griff. Okay. Ich weiß aber immer noch nicht, wie man den Kopf eröffnet. Wie komme ich ihn auf? Ja, das wohnt Dietrich. Also die Hitmarker von den Gegenständen ist schon ein bisschen grenzwertig. Da haben wir eine Glühbirne. Okay. Ich sehe, wie die Erde von einer riesigen, eisigen Kruste bedeckt wird. Ich sehe die Herzen der Menschen gefrieren. Ich sehe kalte Winde, die Körper und Seen auseinanderreißen. Betet, wenn ihr wollt, aber es wird nichts nützen. Wir alle werden in den eisigen Gräbern der Geschichte für immer eingefroren werden. Okay. Okay, wir haben hier eine Glühbirne und einen seltsamen Griff. Sagen wir mal. Okay, warum nicht? Noch ein Wimmelbild. Verband. Hier. Dann mal ein Verband. Ich schicke mal alles hier an. Ne, wird nichts gefragt gerade. Dessel. Hier. Defibrillator. Also ein Wiederbelebungsgerät. Naschentücher, Spritze war hier. Hubschrauber, da fehlt bloß der... Das Ding. Wahrscheinlich abgestürzt oder... Poing. Hat es sich da oben reingebohrt. Gift. Gift. Ja, okay. Gift wird hier nicht gefunden. Guck mal die Jacke. Da ist das Gift. Wie kann ich... Ja. Wahrscheinlich. Hm? Wie komme ich an das Gift ran? Ja, gute Frage, wie ich an das Gift hier rankomme. Wie kann ich wissen, dass dieses Fläschchen Gift ist? Ich schätze mit dem Etikett, wirst du sehen, es ist Gift. Es könnte auch, keine Ahnung, Kiwisaft sein, aber... Pillen. 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 Magischer Kristall. Ein magischer Kristall. DNA. Herz. Röntgenbild. Historie ist gar nicht nervig, oder? Lappen. 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 Das Glaskolpen. 2. 1. Das krieg ich nicht, okay. 2. Wo ist der magische Kristall? Da? Jo. Gelbe Kugel. Ah. Madame Holmes, eine gelbe Kugel verloren. Ja, da. Schau uns. Holmes, eine gelbe Kugel. Und jetzt? Geht immer noch was. Hallo? Ey. Achso. Der komische Hebel. Oh oh. Gehe den Hebel, um eine Abfolge von Farben zu sehen. Präge sie dir ein und drücke den Hebel erneut. Setze nun die magischen Kugeln der richtigen Reihenfolge ein und drücke noch einmal den Hebel. Ach du Kugel. Ach du Kugel. Ja, ich schummel mal ein bisschen. Ich nutze mal ein Snipping Tool. Ich glaube es ist Funktion Knockelt. Na, Snipping Tool Action. So, schauen wir mal ob's. So, Funktion Knockelt. Also ich soll mir das jetzt merken. Hebel ziehen. Die Reihenfolge. Hebel ziehen. Ist jetzt dein Ernst? Jetzt hat's eine andere Reihenfolge. Ja gut. Habe ich ja nicht wissen können. So, weiter. Hebel ziehen. Ein. Also. Blau. Das. Schauen wir mal ob's richtig ist. Das war also nicht richtig. Also war nicht richtig oder wie? Gehe den Hebel um eine Abweuge von Farben zu sehen. Präge sie ein und drücke den Hebel erneut. Setze nun die magischen Kugel in der richtigen Reihenfolge ein und drücke noch einmal den Hebel. Was sollte die richtige Reihenfolge bitteschön sein? Ich frag für nen Freund. So. Weiter. Okay. So soll ich das jetzt mir mal. Ich mach das jetzt mal so. Zack. Dann kommt hier weiß. Dann kommt hier grün. Rot. Pink. Weiß. Grün. Dann kommt das. Gelb. Komm mal. Ja gut. Dann mach ich überspringen. Dann machen wir alles im Stream wenn ich das Spiel spiele. Ja? Dann dürft ihr gerne mir helfen. Oh. Nehmen wir mal die Putzfrau mit. Also jetzt haben wir zwei Rätsel schon übersprungen. Es tut mir furchtbar leid. Aber die zwei Rätsel habe ich einfach nicht gerafft. Bevor wir uns da jetzt ewig aufhalten bei einem Minispiel ganz ehrlich. Überspringe ich sie lieber und versuche sie im Stream. Dann meine Leiter. Okay. Was für eine seltsame Vertiefung. Ich muss hier wohl ein ganz bestimmtes Objekt einsetzen. Ein Schlüssel oder vielleicht ein Siegelring. Maybe. Wie? Sonst ist hier nichts mehr. Okay. Aber was? Wer war das denn? Jedes Mal wenn ich die Aura von um eine eingefrorene Person herum leuchten sehe. Bin ich sehr traurig. Die Vision zeigt mir die Vergangenheit der Frau. Ihr Leben war mit der Liebe ihres Pflegekinder gefüllt. Sie arbeitete Teilzeit in der Klinik um genug Geld zum Verdienen um Fahnsparen für das jüngste Waisenkind zu kaufen. Aber auch ihre guten Taten konnten sie nicht vor dem Freund retten. Ja arme Frau. Da hast du recht. Ähm. Ei. Okay das ist nur ein Bild. Aber da fehlt anscheinend eine Maske. Eine Maskenteil fehlt. Wo sollte ich es suchen? In einem Theater. Da findet man Masken genug. Das ist nicht mal gelogen. So. Wir haben eine Leiter. Aber irgendwo was wo wir nicht gut erreichen konnten. Hm. Na ja irgendwas. Gute Frage. Hm. Da habe ich immer noch nichts womit ich das frei schmelzen oder hacken kann. Oh. Hier ist was. Die Löter besteckt fest. Wie bekomme ich sie? Wie bekomme ich sie? Wie bekomme ich sie? Wie. Ja anzünden kann ich ja hier nichts. Bei hauen kann ich auch nichts. Ah hier kann ich was machen. Bäm. 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 Danke für die Lotlappe. So jetzt können wir hier wieder hier rauf. Und hier hin. Wunsch Feuerzeug. So jetzt ist das offen. Okay. okay das war anscheinend der anführer ja gut meine freunde ich sehe wir sind schon wieder am ende eine folge angelangt ich danke euch fürs zuschauen und fürs dabei sein